Wenn du was besseres hast, packst du trotzdem in die Kiste, weil auch wenn wir später nichts haben, es ist ja, es sieht ja immer noch verzaubert aus. Also es ist ja, muss ja dann keinen Effekt haben, aber könnte wenigstens noch den Effekt erzielen. Oh Gott, die sind schon hattet. Ja, jetzt hätte ich Glück, Gott sei Dank. So. Die hauen sich da gerade alle die Hucke voll. Wir haben noch eine Chance. Also das Schlimmste ist jetzt sogar Team Cyan geworden. Oh, uh. Das sind wirklich jetzt die Schlimmsten. Ich habe gerade mit einem Level auf eine Brustplatte an Breaking 1 und Protection 1 gekriegt. Nochmal, uh. Uh, jetzt geht's ab, jetzt geht's ab. Jetzt komme ich auf Project Protection Schal. Okay. Noch nicht genug Clean Storm. Ähm, hm. Habe ich in einem der unteren, brennt glaube ich, noch was. Ah, ja, ja, da war noch. Habe ich alles? Ach, verdammt. Jetzt habe ich mein Schwert vergessen. Ah. Sicher, sicher. Hm, super. Habe ich meine Schwertzer. Ach, das ist so klar. Wo bin ich denn, dass hier und so viel Erde ist? Ist das auch irgendwas zu bedeuten? Nö. Letzter kurzer Gang. Nix. Oh, weg. Ja, ist wieder weg. Und nix. Ich komme jetzt nochmal zurück. Was? Zombie. Du sagst auch nie was. Wenn es wichtig ist, dann sage ich was. Keine Sorge. Ich bin schon wieder losgezogen. Wie bitte? Ich bin schon wieder losgezogen. So, denk dann, letzte Folge für heute. Nur, dass wir einmal, also wenn du jetzt gleich noch ein bisschen was hast, dann komm zurück, damit wir fertig machen können. Also alles vorbereiten, damit wir am nächsten Mal direkt los können, ohne irgendwie nochmal zu sammeln oder so. Oder falls jetzt am Ende noch was passiert. Aber eigentlich nix. Also ich habe jetzt was zu essen, ich habe Steine, ich habe Spitzhacken und Buddel. Das ist gut. Dann war es noch was, dann kann ich mit einem neuen dritten Mal direkt. Ich werde es mit einem neuen dritten Mal direkt im Nachschlag. Hosen habe ich jetzt auch mit Schutz 2. Wunderbar. Weil wir vor dem Equip jetzt eh erstmal unten bleiben in Anführungsstrichen werde ich mir das Diaschwelt schon mal bauen, weil ich habe jetzt auch Schutz 2 Rüstung und alles mögliche. Wäre jetzt ein bisschen blöd dann so down zu gehen, dann kann ich wenigstens noch versuchen zu kämpfen. Jetzt gibt mir da wenigstens noch Schärfe 1 drauf, ja ok. Gut. Explosionsschutz 1. Wir haben keine Chance. Ok. Also ich hätte jetzt auch nochmal zu Not nochmal Stiefel mit Schutz 1, aber ich kann die nicht, ich habe kein Level um die Zwischen Schaden sozusagen. Das ist schon mal ganz gut. Da werden noch nicht mehr genug Level bei rauskommen. bedrutschen Untertitelung des ZDF, 2020 Wie sieht es bei dir aus? Ganz gut Okay, ich habe alles Wo bist du gerade, damit ich will noch zu dir kommen? Ich bin im Gang, also es steht mein Gang bis zum Ende und dann rechts Der Name glaube ich, hoffe ich Ja Halt Hast du zugebaut? Nein, weil da gerade ein Zombie war Und den ist auch nie fündig geworden Nein, ich habe jetzt ein bisschen Eisen gefunden Und Kohle Das mache ich so immer nach links Wie es tut mein Gänge Und hier Und hier Und hier Und hier Das war's für heute. Oh, ich kann... Oh nein. Was? Bei meinem Texturpack weiß ich nie, ob das ein Name ist oder nicht, aber ich glaube, hier unter uns kann keiner mehr sein. Unter uns? Ja. Aber die Höhe stimmt, ne? Ja. Nein. Dann finden sie die anderen jetzt auch bald. Jetzt müssen wir uns merken, das ist Anfang der nächsten Folge, müssen wir dann hoch. So, ab jetzt wären es 10 Minuten. Ja, klar. Ja. 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 Ich gehe schon mal zurück in den letzten... Ja, ja. Lass mal eben noch schnell, bevor die Folge zu Ende ist, ein bisschen was in die Öfen schmeißen. Wir müssen nächste Folge dann direkt hoch. Das heißt, ich nehme die gelbe Wolle, die wir auch haben, einmal mit. Das heißt, wir müssen sowieso nur ein Leben opfern. Weil wir noch eine gelbe Wolle in der Tasche haben. So, machen wir eh zu. Raus gehen wir eh nicht mehr. Ich hole sie schon mal. Ja. 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 Welch... Das ist eine SLA. Neue welchen Steinen! Das ist jetzt keinwier. Das ist ein signifiziertacher. Auch gerade wieder. Hier vorne brennt noch einiges. Ja, wir müssen auch jetzt runter. Jawohl. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.